Hallo, mein Name ist René Stelig vom HFC Bürgel und ich präsentiere euch jetzt meine Top 3 Fußballerlebnisse. Auf Platz 3 ist der erste Aufstieg im Jugendbereich damals. Ich denke, der Spieler träumt davon, jemals auf Platz 1 zu stehen und das erste Mal war schon ein super Erlebnis in diesem Bereich. Auf Platz 2 ist ein besonderes Ereignis im Seniorenbereich, wo wir sowohl mit der zweiten Mannschaft als auch mit der ersten Mannschaft Meister wurden, jeweils in der Kreisliga als auch in der Kreisoberliga und zudem noch den Kreispokal gewonnen haben. Und mein Top Nummer 1 Erlebnis in meiner fußballerischen Laufbahn ist ein Spiel gegen die Eintracht Frankfurt zum 50-jährigen Jubiläum von unserem damaligen Verein Sportfreunde Oberau, bei dem ich auch eine Halbzeit gespielt hatte, das auch mit recht jungen Jahren, mit 18 Lenzen, recht gut gemacht habe. Keine Ahnung, wieso es nicht zum Profi gereicht hat. Die sind danach ins Trainingslager gefahren, habe ich nicht mitgenommen, aber war trotzdem eins meiner geilsten Erlebnisse, was ich jemals erlebt habe. Vielen Dank!